Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixel Gun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir für's Einschalten. Wir haben im letzten Stream uns 200 Juwelen erspielt. Ja Leute, ihr habt richtig gehört. Wir haben uns die erspielt und zwar über den Kampfpass. Denn da bekommt man ja, wenn man hier 45 Kalender Challenges abschließt, 200 Juwelen. Und die haben wir hier im letzten Stream abgeschlossen. Natürlich nicht alle 45 auf einmal, aber es haben noch 4 gefehlt, die ich in diesem Stream abgeschlossen habe. Ich hoffe, ihr wart dabei. Falls ihr nicht dabei wart, unbedingt die Glocke unter diesem Video aktivieren. Und dann werdet ihr auch gleich benachrichtigt, wenn das nächste Mal ein Stream online geht. Denn ihr wisst ja, ich streame sehr, sehr, sehr spontan. Aber na gut, was machen wir mit diesen 200 Juwelen, die wir hier haben? Ich würde sagen, wir machen damit ein Chest Opening, Leute. Denn es gibt momentan, ja, eine neue Chest seit dem neuen Update. Was heißt neue Chest? Sie sieht gleich aus wie die alte Chest. Aber es sind viel, 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 viel bessere Preise meiner Meinung nach drin. Denn früher hat man ja eigentlich nur Zusatz Spins bekommen oder Juwelen, mit denen man dann auch Spins gemacht hat. Und das war so ein unendlicher Kreislauf. Und irgendwie hat man nie was ordentliches bekommen. Deswegen werden wir heute die Chance nutzen, bevor die Chest wieder etwas schlechter wird, um hier ein paar, ja, coole Sachen zu bekommen. Denn es gibt sehr, sehr viele Teile, die man sich jetzt hier freispielen kann. Es gibt auch sehr, sehr oft Kampfkronen. Und die braucht man ja, um seinen Battle Pass zu leveln, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Denn dadurch bekommt man ja auch wieder neue, coole Sachen. Das ist so eine Win-Win-Situation. Deswegen werden wir diese 200 Juwelen jetzt verbrauchen für, ja, Glückstruhendrehs. Denn es gehen sich ganze 40 Drehs damit aus. Und ihr schreibt mir gleich mal in die Kommentare, was so eure meisten, ähm, ja, Juwelen waren, die ihr bis jetzt hier bei so Glückstruhen auf einmal ausgegeben habt. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ja, es wird hier ziemlich spannend. Und ich hoffe, ich bekomme sehr, sehr viele Kampfkronen. Denn, ihr wisst ja, der Battle Pass läuft bei iOS nur noch hier mehr sieben Tage, wie ihr schon vorhin gesehen habt. Und ich möchte den schon noch weit bringen. Ich glaube nicht, dass ich hier, ähm, ja, bis Level 50 komme. Aber, na gut. So, wir haben ja auch eine schwere Waffenverbesserung bekommen. Viele von euch haben ja im Stream auch gemeint, ich soll die 200 Juwelen benutzen, um hier, ja, meine Waffen zu verbessern. Aber man kann ja hier bei den Glücksdrehs auch gratis Verbesserungen bekommen. Deswegen, ja, und wir haben hier auch gleichzeitig gleich mal eine Challenge abgeschlossen. Ziemlich cool. Ähm, ja, holet ihr 30 Münzen. Und anscheinend zählen auch die Münzen aus den Glücksdrehs. Und nicht nur die, die man nach einem Kampf bekommt. Und ich hoffe, ich bekomme keine Edelsteine. Denn ihr wisst ja, wir wollen die Edelsteine hier bei diesem, ähm, Glücksdreh hier verbrauchen. So, Leute, dass ihr mich nicht so klein seht, werdet ihr hier mal mich größer sehen. Denn, ja, wir öffnen hier sehr, sehr viele Kisten. Und da muss ich nicht ganz klein unten sein. Denn hier herum ist ja nichts Interessantes. Ja, ihr müsst jetzt leider mit meinem Anblick hier zufrieden sein. Und ja, wir werden hier gleich mal in den Battle Bus gehen. Und auch hier, ähm, dieses Einlösen, was wir hier gerade bekommen haben. Diese, äh, ja, die Münzen. Diese Challenge, damit wir hier auch vielleicht gleich mal aufsteigen. Beim Bus und uns auch da die Belohnungen holen. Wir bekommen jetzt auch noch eine kostenlose Spezialverbesserung. Richtig, richtig cool. Die könnten wir danach auch gleich mal einlösen. Aber zuerst würde ich sagen, wir holen uns jetzt diese Challenge. Und somit haben wir Schlachtpass Level 28 erreicht. Ich bekomme jetzt nur eine Belohnung. Leider. Denn ich habe hier schon den Wikinger. Schade, dass man das nicht ausbezahlt bekommt. Dann in Juwelen oder in Gold. Wenn man diesen Preis eigentlich schon vorständig hat. Aber na gut. VIP löse ich noch nicht ein. Das werde ich einlösen. Wenn ich wieder streame, dann macht das auf alle Fälle mehr Sinn. Denn es ist schon spät bei mir. Und ich werde nach diesem Video vermutlich schlafen gehen. Deswegen werde ich VIP nicht einlösen. Weil es eben nichts bringt. So. Beim nächsten Level bekommen wir sogar 30 Kampfkronen. Dafür brauchen wir noch 85 Kronen. Und ich hoffe, die sind in diesen Truhen drinnen. Wir haben hier noch ganze 31 Spins mit diesen vor uns. Und da wird das schon mal drinnen sein. So. Revolver, Scharfschützengewehr, Teile. Teile sind auch sehr, sehr wichtig. Momentan gibt es hier wirklich sehr viele Waffen, die man hier mit Juwelen freispielen kann. Und ich glaube, in der Glückstruhe sind keine Waffen mehr, die man direkt bekommen kann. Denn auch die Klaue der Macht, die man ja früher direkt bekommen konnte, muss man sich jetzt auch mit Teilen aus der Glückstruhe holen. Was eigentlich ziemlich cool ist, denn dann hat man immer so ein kleines Erfolgserlebnis, dass man da ein paar Teile bekommt. Und im Notfall kann man sich ja dann auch die letzten Teile kaufen. Früher konnte man die wirklich ja nur ziehen. So wie den Funkenhai und auch den... Heißt doch, Goldener Freund. Genau, Goldener Freund heißt es. So, wir haben schon wieder 25 Kampfkronen, seit wir das letzte Mal hier im Kampfpaß waren, gesammelt. Ja, da fehlen uns ja eigentlich nicht mehr viel auf die 85, muss ich sagen. Naja, 60. Aber die werden wir hoffentlich auch noch hier bekommen. Ich glaube, 20 ist sowieso die meiste Anzahl an Kampfkronen, die man hier an sich holen kann. So, wir bekommen jetzt mal Edelsteine. 5 Edelsteine, das ist mehr oder weniger ein Free Spins. Somit haben wir ganze 41 Spins hier bei der, ja, bei den Küsten hier. So, Ork. Das kann man hier auch nur über Teile freispielen. Ist glaube ich, ähm... Weiß nicht, ob das ein Skin ist oder ob das was für den Clan ist, für die Clanburg. Das weiß ich jetzt gar nicht. So, Jetscooter leider nicht. Wäre auch cool. Zwei Münzen. Und schade, dass man das nicht irgendwie schneller machen kann. Aber wir sind ja eigentlich schon bei der Hälfte der, ähm, ja, Münzen, äh, Juwelen fast angelangt. So, königlicher Aschenbringer möchte ich mir eigentlich auch holen. Ja, Leute, wenn ihr noch dran seid, schreibt doch mal alle, wartet. Jetzt, Hashtag 6 Minuten herein in die Kommentare mit einem Hashtag Denyscrew dazu. Damit ich weiß, wer von euch so lange dabei bleibt und wer so ein richtiger Zuschauer ist, der das Video bis zum bitteren Ende hier genießt. Ähm, Jetscooter, zwei Teile. Ähm, wie viel brauche ich für die Clouder macht? Kann ich mir das hier ansehen? Nö, natürlich nicht. Wieso, Pixelian? Wieso? Wieso kannst du mir hier nicht die Teile anzeigen, die ich brauche und die ich habe? So, Münzen. Dankeschön. Wir haben viel zu viele Münzen, Leute. Was soll ich mit meinen ganzen Münzen anfangen? Man kann sich damit nur ein paar Waffen-Upgrades kaufen von den Waffen, die ich nicht spiele. Ich könnte mir natürlich noch alle Skins holen, aber ich glaube, die habe ich auch schon alle. Dann haben wir schon alle Gold-Skins von den Waffen auch schon geholt. Deswegen ist es momentan wirklich schwierig für mich, die Münzen loszuwerden. Ich könnte natürlich mal eine Waffe kaufen, die Münzen kostet, aber da habe ich schon auch schon fast alle gekauft. Das Struggle ist real. So, 45 Kampfkronen haben wir ja schon. Fehlen nur noch 40, damit wir ein nächstes Level ab erreichen, wo wir dann auch gleich nochmal 30 Kampfkronen uns holen können. Und ich glaube, es gibt ja auch eine Challenge, wo man 100 Klickstunden öffnen muss. So, nochmal 5. Okay, jetzt sind wir bei 50. 5 war jetzt mies. Hey Pixelian, was ist los? 5. Mehr hast du nicht drauf. So, Fischer. Dann könnte man hier gewinnen. Will ich aber nicht. Komm, ich kaufe mir hier alle Skins vorher. Dann habe ich dieses Problem nicht, dass da was drinnen ist, was ich eigentlich nicht will. So, wo sind diese Skins? So. Okay. Anscheinend gibt es jetzt auch Skins, die man sich nicht kaufen kann. Oder eben bei Battle Royale. Na gut, dann gehen wir wieder rein. So. 70 Juwelen haben wir noch. Das heißt, es sind noch 15 Spins vor uns. Mal schauen, was wir da so haben. Wäre cool, wenn wir hier eigentlich, ja ich glaube, das gibt es da nicht, den Gladiator uns freispielen können. Natürlich glaube ich, der Markt wäre auch mega, mega cool. Wenn wir die endlich mal bekommen würden. Da bin ich ja schon auch ewig dahinter her. Wäre natürlich früher leichter gewesen zu ziehen, als sie noch im ganzen Stück, ich nenne sie jetzt mal so, im ganzen Stück hier in der Truhe erhaltbar war. So. Kostenlose Scharfstützenverbesserung. Jetzt haben wir schon schwer. Ich glaube Zusatz war. Und Scharfstützen haben wir auch noch. Das finde ich gut. So, Sternenspur, eine legendäre Spur, die man ja einsetzen kann bei Battle Royale, wenn man von runter springt. So, nach denen noch 10 Spins werden wir nicht wieder einen Edelstein bekommen. So, Münzen. Okay. Wie gesagt, Kampfkronen werden wir wirklich das Liebste bei dieser Kiste. Kampfkronen werden wir wirklich das Liebste, dass wir die hier bekommen. Ähm, Muskulös. So. Okay. Das ist das, was ich überhaupt nicht brauche. Waffenteile wären wir da schon um einiges lieber, muss ich sagen. Ja, da haben wir sie auch schon. Wenn man vom Teufel spricht, kommen sie natürlich. Ah, 10. Mies. So, das wären jetzt dann 60 Kampfkronen. Das heißt, wir brauchen noch 25. Wenn ich mich nicht irgendwo verzählt oder verrechnet habe. So, Regenbogenspur. Na gut. Regenbodenspur. Ach, komm Pixelgun. Jetzt hört euch bitte auf mit deiner miesen Übersetzung spielen. Yes, Kampfkronen. Komm, 20, 20, 20, 20. Oh, 15. Auch okay. Auch okay, Leute. Ist ganz okay. Aber wir können hier nur noch 6 Kisten öffnen. Nur noch 6 VIP. Easy. Eine Stunde VIP geht jetzt natürlich los. Bringt mir genau 0. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht mehr so viel spielen, dass sich die Stunde wirklich lohnt. Ähm, Münzen. Okay, 5 Münzen. Ähm, was haben wir noch? Was gibt es hier noch? Aquarium. Das sind wir neu. Oh ja, Klaue der Macht. Die sehe ich gerne. 10 Teile, kann man schauen. Yes, 10 Teile Klaue der Macht. Müssen wir nachher auch gleich mal schauen, wie viel wir dazu noch benötigen, damit wir hier die bauen können. Na, die nächsten 2 Preise werden so viel besser gewesen. Pixelgun. 10 Münzen. Was soll denn das hier? Ey. Hm. Hm, hm. Yes. Echsen Besen. Okay. Ja, gut. So, Leute. Letzter Spin. Drücken wir uns die Daumen, dass wir hier die 10 Kampfkronen gewinnen. Dass wir hier die 10 Kampfkronen gewinnen. Sieht schlecht aus. Ach, wir bekommen Münzen. Lame. Drei Münzen. Okay. War nicht so schlecht, Leute. War nicht so ein schlechtes Chest Opening. Ja, wie gesagt, 10 hätten wir noch gebraucht, damit wir das hier schaffen. Hier ist aber ein 1-Arbeiter-Challenge. Trotzdem habe ich hier, ähm, ja, nichts abgeschlossen. Hier seht ihr schon, öffne 100 Glückstruen, sollten wir auch noch schaffen. Aber für die, die 500 Klaren Medaillen, das wird, glaube ich, unbackbar werden. Aber wir würden so coole Sachen hier freischalten. Phoenix Kriegermaske. Dann noch den Vulkanweg. Und auch noch die flammende Axtschaufel. Das wäre schon mega, mega cool. Hat das jemand von euch geschafft? Schreibt mir das gerne bitte in die Kommentare. Und ja, wie viel brauchen wir jetzt für die Klaue? Der Mach. Ich weiß gar nicht, was für einen Bereich, der hier drinnen ist. Nahkampf. Ah, Nahkampf ist die. Okay. Wir brauchen da noch ganze 220 Teile. Ab normal. Zum Glück haben wir den schon freigeschaltet. Anders. Und auch den goldenen Freund schon vorhin gezogen. Aber na gut, Leute. Das war es mit diesem Video. War heute mal ein etwas anderes Pickelgang 3D-Video. Ich hoffe, dir hat es trotzdem Spaß gemacht. Falls ja, Daumen nach oben wäre auf alle Fälle eine coole Sache. Und falls du neu hier auf diesem Kanal bist, würde ich mich sehr, sehr, sehr übern aufräumen. Vielen Dank für's Zusehen. Wie schon am Anfang gesagt, Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch nicht den nächsten Stream. Bis dahin. Macht es auf alle Fälle gut. Und haut rein, Leute. Ciao. Man sieht sich. Man sieht sich.